Cadmium ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol CD und der Ordnungszahl 48. Es wird meist zu den Übergangsmetallen gezählt. Auch wenn es eine abgeschlossene D-Schale besitzt und damit eher den Hauptgruppenelementen, vor allem den Erdteilkalimetallen ähnelt. Im Periodensystem steht es in der fünfte Periode sowie der 2. Nebengruppe oder Zinkgruppe. Geschichte 1817 entdeckten Friedrich Strommeyer und Karl Samuel Herrmann unabhängig voneinander Cadmium in verunreinigtem Zinkcarbonat. Strommeyer bemerkte, dass sich verunreinigtes Zinkcarbonat beim Erhitzen verfärbte, ein Verhalten, das reines Zinkcarbonat nicht zeigte. Annähernd 100 Jahre wurde das Metall nur in Deutschland gewonnen. Plinius der Ältere berichtet in seiner um das Jahr 77 entstandenen Naturkunde Naturalis Historia von Geilmalfunden in Germanien. Cadmium verundnupaischim in Germania provincie repartum. Die Bezeichnung Cadmium wurde im Mittelalter verwendet, vermutlich für Zink oder sein Carbonatatz. Wie aus einer von Kaiser Friedrich II. Im April 1226 in Ravenna ausgestellten Urkunde hervorgeht, räumt dieser dem Benediktinerkloster St. Paul im Levantal das Recht ein Trotz der Giftigkeit von Cadmium und seiner Verbindungen verzeichnete der britisch-farmes Utical Codex von 1907 Cadmium Iodid als Mittel zur Behandlung von geschwollenen Gelenken, Skrofulösen, Drüsen und Frostbeulen 1907 definierte die Internationale Astronomische Union ein Angstström als das ein 6438stel, 4696-fache der Wellenlänge einer roten Spektrallinie des Cadmiums in trockener Luft mit einem Kohlendioxid-Gehalt von 0,03% bei einer Temperatur von 15 Grad Celsius und einem Druck von einer Atmosphäre. Die Generalkonference on Weitz and Mergers akzeptierte im Jahr 1960 die 1.553.164.13-fache Wellenlänge einer roten Spektrallinie des Cadmiums als Sekundärdefinition eines Meters. 1942 benutzte der Physiker Enrico Fermi Cadmiumstäbe beim Betrieb des weltweit ersten Atomreaktors. Diese Stäbe konnten in den Reaktor hinein und hinaus geschoben werden, um auf diese Weise die Kettenreaktion kontrollieren zu können. Cadmium kann moderierte Spaltneutronen einfangen und so die Aktivität des Reaktors reduzieren. Vorkommen Cadmium ist ein sehr seltenes Element. Sein Anteil an der Erdkruste beträgt nur ca. 13-5%. Gediegen kommt Cadmium nur äußerst selten vor. Es sind bisher nur zwei Funde aus dem Wiljui-Becken in Jakuzien. So wie dem US-Bundesstaat Nevada bekannt Cadmiumhaltige Erze sind Greenocket und Otavit. Sie sind fast immer mit den entsprechenden zehn Kerzen, wie Svalerit und Gamay, verschwistert. Es gibt keine abbauwürdigen Lagerstätten. Gewinnung und Darstellung Cadmium wird ausschließlich als Nebenprodukt bei der Zinkverhütung in kleinem Umfang auch bei der Blar- und Kupferverhütung gewonnen. Kleinere Mengen fallen auch beim Recycling von Eisen und Stahl an. Die Gewinnung von Cadmium hängt vom Verfahren ab, wie das Zink gewonnen wird. Bei der trockenen Zinkgewinnung wird zunächst das Cadmium mit dem Zink reduziert. Da Cadmium einen niedrigeren Siedepunkt als Zink besitzt, verdampft es leichter. Dadurch verdampft ein Cadmium-Zink-Gemisch aus dem Reduktionsgefäß und reagiert an anderer Stelle mit Sauerstoff zu Cadmium und Zink-Coxid. Anschließend wird dieses Gemisch in einem Destillationsgefäß mit Koks vermischt und das Cadmium vom Zink abdetilliert. Durch fraktionierte Destillation lassen sich höhere Reinheiten an Cadmium erreichen. Bei der nassen Zinkgewinnung werden die gelösten Cadmium-Ionen mit Zinkstaub reduziert und ausgefällt. Das dabei entstehende Cadmium wird mit Sauerstoff zu Cadmium-Oxid oxidiert und in Schwefelsäure gelöst. Aus der so entstandenen Cadmium-Sulfat-Lösung wird durch Elektrolyse mit Aluminium-Anoden und Bleikathoden besonders reines Elektrolyt-Cadmium gewonnen. Eigenschaften Fysikalische Eigenschaften Cadmium ist ein weiches, hämmerbares, duktiles, silbrig-glänzendes Metall. Ähnlich wie bei Zintreten beim Verbiegen von Cadmium mittlerer Reinheit typische Geräusche auf. Cadmium ist an Luft beständig, in der Wärme bildet es eine Oxydhaut. In der Hitze verbrennt es mit rötlicher bis gelber Flamme zu Cadmium-Oxyd-CDO. CDO wurde wegen seiner hohen Toxizität im Zweiten Weltkrieg von den USA auf seine Verwendbarkeit als chemischer Kampfstoff untersucht. Chemische Eigenschaften In chemischen Verbindungen liegt es meist zweiwertig vor. Chemisch gleicht es dem Zink. Es neigt aber eher zur Bildung von Komplexverbindungen mit der Koordinations-Zaphyr. An der Luft bildet Cadmium durch die Oxidation eine Verdunklung der Oberfläche In Alkalien ist die Oberfläche unlöslich, in Schwefelsäure und Salzsäure schwer und in Salpetersäure gut löslich. Verwendung Wegen der hohen Toxizität von Cadmium ist dessen Bedeutung abnehmend. Seit Dezember 2011 ist es in Schmuck, Legierungen zum Löten und in PVC in der Europäischen Union verboten. Cadmium wird bzw. wurde eingesetzt Als Korrosionsschutz für Eisenwerkstoffe, für Nickel-Cadmium-Akkumulatoren Für gelbe bis tiefrote Farbpigmente aus Cadmium-Sulfid und Cadmium-Selenit für Lacke und Kunststoffe Als Legierungsmetall in niedrig schmelzenden Legierungen, zum Beispiel Lagerwerkstoffe oder Woodchismetall Früher als Schmiermittel in Scheibenbremsen Als Bestandteil von Lötwerkstoffen, auch für Hartlote, zur Herstellung von Halbleitern Cadmium-Oxid als Leuchtstoff in Schwarz-Weiß-Fernsehröhren sowie Zusatz in Blau- und Grün-Phosphor von Farbröhren Als Regelstäbe in der Nukleartechnik aufgrund des besonders hohen Wirkungsquerschnitts des Isotubs Cadmium-113 für den Einfang thermischer Neutronen Als Quelle von energiereicher Gammastrahlung aus thermischen Neutronen zur späteren Erzeugung von Positronen durch Paarerzeugung Cadmium-Sulfid in Belichtungsmessern, deren spektrale Empfindlichkeit der desmenschlichen Auges gleicht Cadmium-Telurid als infrarotempfindlicher Sensor für Kameras in Dünnschicht Solarzellen als Cadmium-Telurid oder Cadmium-Sulfid zur Stromerzeugung CD-Steerrat als Stabilisator in Kunststoffen beispielsweise in PVC Früher in den Westen-Normalelementen zur Festlegung von einem Volt, der Maßeinheit der elektrischen Spannung Cadmium-Bismutlegierungen für Schmelzsicherungen Silber-Cadmiumlegierungen als Desoxidationsmittel in der Herstellung von Störlingsilber Bei Schmuck waren goldgrüne Gold-Cadmiumlegierungen Cadmium-Lampe Helium-Cadmium-Laser Cadmium-Ionen zur Blockade spannungsaktivierter Calcium-Kanäle in der Elektrophysiologie Zum Färben von Glas in Gelb, Orange und Rot durch Zusatz von Cadmium-Sulfid, Selenid und Telurid oder Mischungen davon Punkt Die Cadmium-Chocogenide Cadmium-Sulfid, Cadmium-Selenid und Cadmium-Telurid sind wichtige IV-I-Halbleiter Sie werden beispielsweise nanopartikulär als Quantenpunkte hergestellt und unter anderem in der Biochemie in vitro eingesetzt Sicherheitshinweise Cadmium ist als sehr giftig und seine Verbindungen von gesundheitsschädlich übergiftig bis sehr giftig eingestuft Außerdem besteht begründeter Verdacht auf krebsauslösende Wirkung beim Menschen Ein geatmeter Cadmium-haltiger Staub führt zu Schäden an Lunge, Leber und Niere In Arbeitsbereichen, in denen mit erhitzten Cadmium-Verbindungen gearbeitet wird, ist für eine gute Durchlüftung oder Absaugung zu sorgen Gemäß Chemikalienverbotsverordnung darf der Cadmium-Gehalt in Kunststoffen 0,01 Gewichtsprozent nicht überschreiten Dieser Grenzwert gilt in der ganzen Europäischen Union Seit Dezember 2011 gilt ein strengeres Verbot für Cadmium in Kunststoffen, Farben, Stabilisierungsmitteln sowie bei bestimmter Metallverarbeitung per REACH-Verordnung Eintrag 23 in Anhang 17 Bisher war in Silber-Hatlo typisch 10% bis 25% Cadmium enthalten In Schmuck für Kinder bis zu 30% In PVC 0,2% Mit dem 10. Dezember 2011 wurde das Verbot auf Cadmium-haltige Lote beim Löten und der Erzeugung und das Inverkehr bringen Cadmium-haltigen Schmucks Ausgedehnt Zudem wurden auch alle PVC-haltigen Erzeugnisse mit Ausnahme des PVC-Recyclings eingebunden Mit der Verordnung 2016 217 vom 16. Februar 2016 wurde Cadmium in gewissen Anstrichfarben und Lacken in den Eintrag 23 in Anhang 17 der REACH-Verordnung aufgenommen Außerdem wurde der Cadmium-Gehalt in bestimmten Anstrichfarben und Lacken mit Zink-Gehalt oder damit versehenen Erzeugnissen beschränkt Es gibt noch Ausnahmen, etwa wegen der hohen Leistungsdichte für MIC-D-Arcus in schnurlos Elektrogeräten Toxikologie Cadmium ist in der chemischen Industrie ein unvermeidbares Nebenprodukt der Zinkblei- und Kupfergewinnung Auch in Düngern und Pestiziden ist Cadmium zu finden Aufnahme und Gefahren Die Weltgesundheitsorganisation hat ihre Aussage zur tolerierbaren Aufnahmemenge für Cadmium in den letzten Jahren mehrfach nach unten angepasst Zuletzt 2013 auf eine tolerierbare monatliche Aufnahmemenge von 25 µg je kg Körpergewicht Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat 2009 einen wiederum deutlich niedrigeren Wert von 2,5 µg je kg Körpergewicht tolerierbare wöchentlich Aufnahmemenge ausgegeben Cadmium wird vom Menschen hauptsächlich durch die Nahrung aufgenommen Zu den Cadmium-reichen Nahrungsmitteln zählen Leber, Pilze, Muscheln und andere Schalentiere, Kakaopulver und getrockneter Sedang Darüber hinaus enthalten Leinsamen viel Cadmium, weshalb empfohlen wird, täglich nicht mehr als 20 g Leinsamen zu sich zu nehmen Zudem kommt es seit der Einführung von Kunstdüngern zu einer Anreicherung von Cadmium auf landwirtschaftlichen Flächen und somit in nahezu allen Lebensmitteln Die Ressourcen von Phosphaten sind begrenzt und die meisten Vorkommen sind belastet mit Cadmium oder radioaktiven Schwermetallen Der Cadmium-Gehalt der Phosphat-Lagerstätten ist sehr unterschiedlich Viele Industrieländer haben bereits einen Grenzwert für Cadmium in Düngemitteln eingeführt In Österreich ist die Cadmium-Konzentration auf P2O5 begrenzt Auch Tabakrauch transportiert relativ große Cadmiummengen in die Lungen, von wo aus es sich mit dem Blut im Körper verteilt Besonders Personen, die in Fabriken mit hohem Cadmium-Ausstoß arbeiten, sind erhöhten Gefahren ausgesetzt Aber auch von wilden Müllplätzen und Metallwerken gehen Gefahren aus Das Einatmen von Cadmium kann die Lungen ernsthaft schädigen und sogar zum Tod führen Unfälle in der Industrie, wie in der chinesischen Provinz Guangdong und jahrzehntelange Emissionen, wie im Falle der Itai-Itai-Krankheit und der grässlicher Krankheit, machen die realen Gefahren deutlich Schädigungen im Menschen Cadmium kann sich Industrie- oder Umwelt bedingt allmählich im Körper anreichern und eine schwer erkennbare chronische Vergiftung hervorrufen Cadmium wird aus der Nahrung zu ungefähr 5% im Darm reserviert Bei Eisen- und Calcium-Mangel steigt die Resorptionsrate, was annehmen lässt, dass alle drei Metalle denselben Transportweg nutzen Cadmium stimuliert zunächst in der Leber die Synthese von Metallity-1-Innen Mit denen es einen Komplex bildet und über den Blutkreislauf zu den Nieren-Glomeruli transportiert Dort filtriert und aus den Nieren-Tubuli wieder aufgenommen wird In den Tubulus-Zellen wird der Metallity-1-In-Cadmium-Komplex metabolisiert und CD-frei gesetzt CD aktiviert hier wiederum eine vermehrte Metalltieren-Synthese, wodurch noch mehr Cadmium gebunden wird Durch die Akkumulation in den Nieren kommt es zu Schädigungen dieses Organs mit der Folge einer Proteinuri Durch diese Proteinbindung wird Cadmium nur extrem langsam ausgeschieden Die Halbwertszeit für den Verbleib im Körper beträgt bis zu 30 Jahren Daher steigt der Cadmium-Gehalt von Geburt an und fällt erst wieder bei einem Alter von 50 bis 60 Jahren Cadmium schädigt auch die Knochen, da es letztendlich zur Mobilisierung des Kalziums führt CD konkurriert im Darm mit dem Kalzium um die Bindungsstellen am circa bindenden Protein in der Darm-Mucosa Zusätzlich blockiert CD die Neusynthese des 1,25-Dihydroxycholicalcephal in den Nierentubulus-Zellen 1,25-Dihydroxycholicalcephal ist notwendig, um die Synthese des Kalzium-Bindenden Proteins in der Darm-Mucosa-Zelle zu aktivieren In Summe bewirkt Cadmium eine verminderte Rückresorption des Kalziums in Darm und Niere sowie die erhöhte Ausscheidung mit dem Harn mit der Folge einer Kalzium-Freisetzung aus den Knochen und damit dem Abbau derselbigen Bei einer akuten Cadmium-Vergiftung kann die biläre Ausscheidung durch Gabe von Penicillamin oder Daimercarpol unterstützt werden Eine effektive, darüber hinausgehende Therapie einer akuten Cadmium-Vergiftung ist nicht bekannt Symptome Durchfall, Magenschmerzen und heftiges Erbrechen Nierenschädigung, Knochenbrüche, Schäden am Zentralnervensystem, Schäden am Immunsystem, Störungen in der Fortpflanzung und eventuell sogar Unfruchtbarkeit Psychische Störungen, mögliche DNA-Schäden und Krebsentstehung, Verlust des Geruchssinns Verbindungen Kategorie Cadmium-Verbindung Oxide und Hydroxide Cadmium-Oxyd-CDO Cadmium-Hydroxid-CD2 Halogenide Cadmium-Fluorid-CDF2 Cadmium-Chlorid-CDCl2 Cadmium-Brumid-CDBr2 Cadmium-Iodid-CDI2 Schokogenide Cadmium-Sulfid-CDS Cadmium-Selenid-CDSE Cadmium-Telure-CDTE Sonstige Verbindungen Cadmium-Sulfat-CDSO4 Cadmium-Nitrat-CD2 Cadmium-Cyanid-CD2